Wachstum war in der analogen Gesellschaft ja ein durchaus sozialer Begriff. Selbst der übelste Kapitalist konnte ja ohne Investition nicht wachsen. Das heißt, jede Form von Wachstum war immer wieder verbunden mit Investitionen in die Gesellschaft. Wird es in Zukunft auch so sein? Die Hyper-Effizienz, die wir haben durch Technologie, die wird noch viel dramatischer werden, wenn Maschinen erstmal denken können und Roboter wirklich Dinge erledigen können. Also diese Effizienz wird dafür sorgen, dass wir auf einmal ein absurdes System haben, wo wir eigentlich Menschen zum Großteil vielleicht gar nicht brauchen dafür. Diese Effizienz bedeutet eben auch, dass wir auf einmal Monopole haben, die Top 20 Internetplattformen, die Kartelle sind. Aber sorry, das spricht ja eigentlich gegen Kapitalismus. Denn wenn in der Zukunft im digitalen Sinne durch Wachstum nicht zwangsläufig neue Arbeit und Mehrwert für alle entsteht, wenn Daten als Ressource zu Monopolen führt, dann spricht das eigentlich beides gegen Kapitalismus. Das ist eine Art von Post-Kapitalismus oder Sustainable-Kapitalismus. Also da geht es eben darum zu sagen, es geht nicht nur darum, dass wir den Gewinn maximieren oder Bruttosozialprodukt erhöhen, also wie vor 30 Jahren irgendwie, sondern es geht um drei verschiedene Sachen. Also den Profit natürlich, den Planeten, also unser Environment und natürlich auch die Menschheit selber, also Menschen als Sozialsystem. Ich glaube schon, dass man das forcieren muss durch Besteuerung zum Beispiel. Es ist ja auch gar nicht einzusehen, wieso wird nicht besteuert, wer die Menschheit belastet, die Gesellschaft belastet, wieso wird nicht besteuert, wer die Umwelt belastet. Fest steht, dass Kapitalismus in der heutigen Zeit durchaus noch sozial sein kann, aber für eine Zukunft nicht das geeignete Modell zu sein scheint.